Das sind die ungeschlagenen, einfach im 15er, im 7er, die stehen auch schon mal gut. Und du siehst schon, dass die Schätzen, wo hingekickt wird. Du musst jetzt gucken. Guck dir das einfach an. Der erste Anpassung, der erste Anpassung, der Rocks, die Lieder, die Pässe einfach rumholen und die Positionierung tonnen. Die spielen einfach von rechts auf links durch. Aber die Rocks sind einfach da drin. Die sind einfach geil, wie schnell sie wieder in Position stehen. Warum? Tick, 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 tick. Wie gibt es denn die Schmerzen? 5-0. Und du kannst kicken. Ja gut, den Päckletzter fasst du ab. Du sagst doch deiner Mama, sie ist auch vorbeikommen, wenn der Langweil ist. Ich dachte, meine Mutter hat zwar viel Langweil, aber okay. Falls ja, dann soll sie ein Kasse Bier mitbringen. Und einen Grill. Ne, der Grill ist auch... Da ist sogar ein Lagerfeuer. Oh, guck mal, die andere Wittling-Schwester ist auch da. Carina ist auch da. Die ist vorbeikommen. Carina! 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 Ist doch gar nicht so ein Kassier. Sie hat dann Steine runterkunkeln lassen. Gucken, ob man noch mehr... Also eine Flasche werfen, dann gucken wie man hinter den Kopf. Ja, auf die Distanz... 25 Jahre er kann es das verdienen. Stimmt, das ist Carinas Jocke. Carina! Was verdient du? Warte, war mein Kassier! Papa, wie schnell die ist, obwohl sie nicht ganz dumm ist. Pack sie aus, pack sie aus. Die hat mit der einen Hand auch noch runter. 10-0. War der Kick drin? Wer da fliegt schon hinten als vorwärts? Die Bayern München. Scheißegal, wer haben gewonnen? Wer? Du bist Bayern. Alle. Die sind alle Bayern. Nee. Wer war einfach? Der lieber Französ. Ich meine, ich kann Bayern schon nichts abgewinnen, aber immer noch besser als Französ. Nee. Bayern geht gar nicht. Bayern gehört wenigstens auf die Brüche. Ja. Ja. Grenzen. Grenzen von 42. Und durch. Und durch. Und durch. Das ist wieder mal riesig. 15. 15. 15. 15. Ja. Das könnte... Oh, geht ja, ja. Noch, aber es ist noch nicht lange gespielt. Ich hätte doch auch... Das ist das andere Mannschaft hier gespielt? Ich hätte doch auch... Ich hätte doch auch für unsere Punkte laufen. Und dann bin ich auch den Verrug zu nehmen, weil ich keinen Bock... 17. Das ist so laut. Nicht so laut. Also, STN ist das Maß Aladine in Deutschland. Das V. Ja. Das V. Ja. Ja. 15. Und die sehen doch gar nicht mehr so aus, oder? Ich sag doch, die sehen geil aus, oder? 90 Zentimeter. Vielleicht die Größe. Ja. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Nicht auf. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 22 Euro. Und die Halbzeit ist noch relativ jung. Ja, es ist halt noch schwer gegen die Spiele. Du siehst ja, die stehen sofort genau richtig von der Positionierung her. Aber, äh... Die Tackles vor dieser Brücke versuchen nur Trikot zu greifen. Natürlich, das ist nicht, aber du siehst schon, wenn eine Mannschaft ist von Anfang an. Innerhalb von... Ja, ja, ja. Aber guck mal, der HHK weiß auch Bescheid. Das ist die neuen Hälfte, die kommen da nicht hin. Was ich bis zur 22 war. Zu kurz. Der hat geprüft und bekommt der Auswahl. Da haben wir auch gesehen. Weil wir theoretisch ja nicht annehmen können. Oh, nein. Oh, nein. Oh, schade. Schade. Schade, schade. Aber es war wie der eine Versuch im ersten Spiel. Und wir sind immer wieder chill und einfach. Ja, und dann muss ich nicht mehr machen. Guck mal. Oh, das war so das Spiel ist. Äh, die vorher gekommen sind. Die da hinten waren in Karlsburg. Die Freiburgs sind da unten und oben. Oh, aus. Oh, weg. 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 Wiß nicht gut. Ja, hast du. Oh, weg. Oh, weg. Hasel. 27. 0, 0, Zeit. Ja, gut, dann wirds dann irgendwann ... Halbe, die Halbe. Doch, die ganze? Von 15 sind mindestens 7 von B. Drei Viertel? Die Frauen sind in 7 gar nicht so schlecht. Drei Kaffee, bitte. Wo hin ist die Treppe? Dort ist nur ein Anro nach hinten. Also ich empfehle die Treppe. In der drinnen ist der Hand. Also wie gesagt, ich empfehle die Treppe. Und dann lieber über den Platz laufen dort, als der Weg. Ist zwar kürzer, aber... Oh, danke. Die machen die Treppe ohne Ende, oder? Die stehen auch genau richtig. Das siehst du. Und sie haben den Ball geklaut im Mord. Jetzt sind sie dich. Jetzt sind sie wieder vorbei. Jo, Andrea! Die sind Französisch wieder. Ich bin hier. Weiter zu ihm! Was? Was? Hey, ohne unter 50 könnte Geld in die, hab ich schon lange kein Versuch mehr gemacht. Die ruhigen mich, was ihr in Deutsch ne? Der ist drin, der ist drin. Ich hab da... Linie! Aber guck mal, seid zu zweit. Ja, abzeln! 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 Die Mädchen, die nicht laufen, müssen sie glücklich werden. Das war Vorball. Ruhig! 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 Hightackle? Bullshit! Hightackle! 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 Wenn du jetzt 32 Meter vorgelegst, dann brauchst du eigentlich den besten Kicker da noch finden. Florian hat wieder was auf die Nase. Blutet sie? Ja, ja, ja. Das war ein Haar. Oh, fast, fast, fast. Sorry, Alter, mit Absage. Das war ein Haar, das ist jetzt nicht gemein, aber, ja. Das Kümmerpreis. Im Leben ist nichts. Ja. Komm, triff sie jetzt, komm. Ja, 39. Ja, aber alle Räder gegen 40 wäre ja nicht schlecht, ne? Alles so eine 50 ist die. Wenn das stimmt, haben die All Blacks die Wallabies gewonnen. Ne, die All Blacks haben verloren. Verloren? Verloren? Das Spiel muss ich mir angucken. 7 auf 15. 15. Hey, Loch. Loch, Loch. Ich hab noch ein gutes Problem. Also Wallabies und All Blacks sind beide Spiele, die kann man sich so gut angucken. Wallabies, die gerade wie von uns gewünscht den Favoriten All Blacks schlagen konnten. Also, ja. All Blacks sind noch technisch besser, Wallabies hauen mir auf die Presse. Ne, sie nicht auf die Presse. Ne, sie nicht auf die Presse. Ne, sie nicht auf die Presse. Ne, sie machen sich auch ohne. Die Schwerbe kann es nur aus der Hand treppen. Ne, sie ja irgendwie wirken. Und hier ohne oder was? Deine Interpretation meiner Worte. Nicht meine. Oh, oh. Meine Valelie ist jetzt nicht spezifiziert. Und 3 Meter. Und wieder weg. Zwei Leute. Und durch. Schöner Stil. Bleib stehen. Danke. Das habe ich den Mädels. Das habe ich den Mädels am Anfang mal gebracht. Bleib stehen, wenn sie durch sind. Du brauchst sie nicht auspowern. Das ist scheißegal. Wenn du einen Meter hinten durchprobierst, aber halt bei 4 Meter hinten die Kante hast. Und sie schrubt. Ne, und sie läuft genau in die Maltösterreich. Das ist ein bisschen Maltösterreich. Also, es ist ein Rand. Du hast keine Chance, irgendwie Profit draus zu stellen. Ne, 39. Das sind jetzt 45. 44. Wenn sie noch einen machen, haben sie ihr Ergebnis bevor. Neuenheim ist schon. Ne, die spielen. Du siehst einfach, die wirst du mal betonen. Ne, die spielen. Die wirst du mal betonen. Ja, SCN, also Neuenheim und Handschuhsheim sind direkt nebeneinander. Beide Seite. ALKR, genau. Genau. Ja gut, aber da ist noch eine Straße dazwischen. Ich bin ein bisschen mit dir. Aber jetzt. Oh, wer wurde da ausgemacht, oder? Wer wurde da ausgemacht, oder? Wer wurde da ausgemacht? Ah, die zockten auch, die zockten auch. Ah, die französische. Also. Und ich höre zu stehen. Wenn sie trifft, sind sie über 50. Ja. Perfekt. Ich komme. Den schaft sie. Vielen Dank. Oh, der ist doch schön. Oh, der ist doch echt gut. Alter. Ja, eine kriegt sich wohl. Oh, der ist doch gar nicht rein. Wenn die Französische mir jetzt irgendwas schön abgeklickt habe, wäre Scheiße für sich. Er spielt noch eine Spiegel. Ja klar, aber keine Pause, dass ihr weiß, worauf man unten ist. Aber ich weiß nicht, aber, klar. Das ist die Französische. Die waren vor. Das fällt auf die Französische. Hier und hier. Hier. Die sind hier. Die Traffaut auf das das Freigenebächs aus dem Saal. Oh, schön. Ja, guck mal auf. Lecker weg! Lecker weg! Lecker weg! Lecker weg! Lecker weg! Und der Ball! Lecker weg! Geh, geh, geh! Oh, mein Gott. Die sind hier noch. Nein, nein, nein. Guck mal, die Jura zahlen rechts an. Die Florian, was sieht Florian? Reiter! Nochmal, Annabelle! Seid, Anja! Auf! Alter, was zieht, oder? Die Körperhand! Der Teckel war geil! Daher kommt die Antipathie, das erste Mal. Weil Linus ja Frauen war, ich war Frauen-Träger. Und ich hab Nadine nicht aufgeschaut. Und Nadine hat sich bei Not geschwört, und ich hab Linus gesagt, falls das soll. Ja, sorry, aber die Scheiße. Wir haben bessere Spielerinnen, deswegen fang ich mit den Besseren an. Sie kommen vorn dran, aber nicht am Anfang. Und daher kommt die Antipathie. Ich glaub, das Spiel ist jetzt vorbei. Kann das Sinn? Das waren dann 56. Spielziel nicht erreicht, würde ich sagen. Das ist klar. 48. 48 durch. 35. 20. 30. 40. 50.